Seit ich von dieser Spinne gebissen wurde, hatte ich nur eine Woche, in der sich mein Leben normal angefühlt hat. Das war, als du es rausgefunden hast. Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist. Bekamen wir ein paar Besucher. Aus jedem Universum. Hallo, Peter. Du bist nicht Peter Parker. Entschuldigung, wie war nochmal ihr Name? Dr. Otto Octavius. Warten Sie, nein, ohne Witz. Wie heißen Sie wirklich? Da draußen sind noch andere. Wir müssen sie zurückschicken. Also, Scooby-Doo, zieh zurück! Wissen Sie, das ist eigentlich alles Ihr Chaos. Ich kenne selbst ein paar Zauberworte. Angefangen mit dem Wort, bitte. Bitte, Scooby-Doo, zieh zurück. Du fliegst hinaus in die Dunkelheit, um Geister zu bekämpfen. Was meinen Sie? Sie sterben alle im Kampf gegen Spider-Man. Das ist Ihr Schicksal. Es tut mir leid, Kleiner. Ja, mir auch. Nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es nicht. Sie sind eine Gefahr für unser Universum. Ihr werdet mir das nicht nehmen. Peter. Du kämpfst mit dir. Du hast alles, was du willst. Während die Welt dich zu einer Entscheidung zwingen will. Das ist alles meine Schuld. Ich kann sie nicht alle retten. Was passiert hier? Sie fangen an, durchzukommen. Und ich kann sie nicht aufhalten.